Hallo Leute! Willkommen zu einer Aufnahme von GTA 5 Online und heute habe ich einen Schedulebest dabei. Sag Hallo! Hallo, mein Name ist Dominik. Das brauchst du nicht sagen. Und wir begrüßen Sie bei GTA 5 Online. Richtig. Klatsch ist ein Harzer. Das muss ich zum Fall jetzt nicht sagen, was ja auch nicht stimmt, aber lass mal. Doch, klatsch ist Harzer, der ist 17 und ist kleiner als ich und ich bin 12. Scheiß drauf. Nein. Jetzt doch mal. Ja, jetzt mach ich die Idee. Ja, das ist klar, da weiß ich es über die meisten. Warte mal, halt mal kurz die Schnauze. Mal kurz den Ton lauter stellen, aber ich will jetzt meine Fernbedingungen nicht dafür verwenden. Einstellungen, Einstellungen, Audio, Musik noch stärker, Dialog noch stärker. Ach scheiß drauf. So, jetzt habt ihr das doch mal in der Aufnahme gesehen. Trololol. So. Ey, Klatsch, weißt du, was das Fies angeht? GTA 5 Online ist? Ne. Wenn man Einfänger ist, wird man immer getötet. Hm, schlecht. Nicht schon oft passiert. Schon ungefähr 20 Mal. Wenn nicht sogar 30 Mal. Keine Ahnung, ich hab nicht mitgetötet. Wie viel Geld hab ich? 5800 Dollar. Wenig. Ich weiß nicht, was wir in diesem Video machen können. Du? Nö. Ich auch nicht. Ich stehe jetzt nur nötig. Äh, tsssss. Ich könnte ja sagen, wir können ein paar Leute abknallen, aber die sind eh alle zu gut für uns. Also die würden uns alle killen. Beseitig stelle ich mein Fahrzeug ab, damit ich das nicht zerstöre. Obwohl ich meine Karrier immer wieder besorgen könnte, also steige ich doch wieder ein. und joa und da ist er noch nicht und da ist wieder jemand gestoppen äh الإ Dahach hoch das player PAUL und da ist jemand aber ich kann ihn nicht sehen bestimmt ist er auf dem Dach Das sieht nämlich so aus. Oh, der schwebt in diesem Helikopter. Oh, der fährt... Oh nein, der ist mit dem Fallschirm unterwegs. Okay, er läuft bei dem. Der war mit dem Fallschirm unterwegs. Trolleloll. Ich will bloß mal Hallo sagen. Bitte nicht töten. Ich will bloß Hallo sagen. Bitte nicht töten. Oh, der sieht aus, als könnte der im Stülpen. Oh. Jetzt ist er weggefahren. Was machst du? Das ist gut. Hashtag Party ist ja los bei. Oh cool, da fliegen zwei im Helikopter. Meine Mückenstiche brennen total. Das sieht wie es mir geht. Ah klar, Jay, du bist nicht gefragt. Ja. Ja, super. Verwache ich doch. Oh, nee. Ich fahr wie so ein Behindert. Schnauze. Das wird bestimmt das langweiligste Video ever, weil wir einfach überhaupt nichts machen. Wir fahren einfach bloß mit meinem Auto rum und machen irgendeinen Müll. Ja, Hauptsache das Auto fährt, ne? Naja. Das ist nicht das geilste Auto. Das ist das Traurige. Sehr traurig. Jetzt bräuchten wir so eine Violine und so einen traurigen Ton machen. So ein trauriges Lied. Ein Laden. Wir können einen Laden ausrauben. Sollen wir einen Laden ausrauben? Okay, Kletcher guckt zu. Gucken. Ja, guck her. So, wir können die Waffe wegstecken. Schnauze, gib mir deine Scheißkohle. Los. Ich muss immer so knapp dann hinbeschließen. Gib mir deine Scheißkohle. Oh, jetzt hätte ich ihn fast angeschossen. Und der Tipps, die Knochen gehabt. Schnauze, du Penner. Hast du gesehen, wie der gestorben ist? Ich weiß es nicht. Leute, das guck ich mir auf jeden Fall der normalen Video an, Alter, wie der gestorben ist. Der stand, so, hat sich gebeugt und ist dann einfach zum Boden gefallen. Übelst geil. Das guck ich mir dann nochmal. Wie die Bullen kommt man auch? Das weiß ich, das hab ich gesehen. Oh, scheiße. Jetzt schaffen wir die meisten Dinge genau in die Arme zu vorne und woanders los. Aber ich hab nen Trick. Aber den mach ich jetzt nicht, weil das einfach nur scheiße und sinnlos und Zeitverschwendung ist. Aber bei den Bullen zu fliehen ist aber auch Zeitverschwendung. Ich könnte mich einfach töten lassen, aber dafür verlier ich wieder mein ganzes Geld. Und das wäre scheiße. Ach, kräg drauf. Ich lass mich töten. Oh, cool, ich hab ne AK. Ne, das ist ein Sturmgewehr. Aber ein Sturmgewehr ist ja praktisch ne AK. Ich könnte versuchen, die Bullen zu töten, aber... Ne, bin schon tot. Nein, scheiße, stimmt. Fuck, wenn die Polizei mich tötet, wird mein Auto beschlagnahmt. Und das muss ich 200 Dollar bezahlen. Super. Ne. Wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ach, die Schnauze, du Arschle. Halt die Schnauze, du Arschle. Du dreckige Polizei, der Feuerlich könnte ich einfach nur erschießen. Heute Party, bye Wolfgang. Gib mir dein Auto. Gib mir dein Auto. Schnauze. Guck mal, warum? Ja, das ist ja nicht so. Dann ja man schon. Ja, das muss man so ne Zeit ausmachen, wenn man so noch früher uns treffen. Das ist ja nicht dazu. Hoffentlich hat man das nicht im Video. Klatsch, ihr hat grad gefurzt. Richtig eklig. Ja, vor allen Dingen, du saßt ja auch noch. Ja, ist so. Wenn's eklig ist. Oder du gehen wollen lässt. Ja, oh, das ist genau. Das ging da ja wohl. Erstens, dann wird man zweitens, dann liegt man eventuell. Dann nicht individuell, dann wieder riechen sie. Das weiß ich. Vorzeiter von. Ach, das sieht schlecht aus, wie ich hab, Leute. Wir machen nur noch irgendeine Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab Bock, paar Leute zu töten, aber die würden nicht halt... Guck mal, da ist jemand mit nem roten Punkt. Und roten Punkt bedeutet, die wird mich immer killen. Black. Trache. Hallo, Schweizer Sprengen. Oh, jetzt ist es in sein Apartment gegangen. Na ja, egal. Verpissen wir uns. Yay! Wir nehmen schon acht Minuten auf. Wir können noch zwei Minuten aufnehmen. Und dann toll. Heute Party. Bye, Wolfgang. Was ist denn das für ein heißer Schakara? Obwohl, so scheiße sehe ich schon. Äh. 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 Ich röpse du fort ein zweites Mal. Was soll die Scheiße? Guck mal. Geiler. Ha. Bin ich nicht ein Gangster? Ha. Dann vorsichtig beim Rückkaufsfahren. Können die Falle gern. Ich hab ne Idee, was ich machen kann. Ha ja. Puh. Das will ich eigentlich nicht machen, aber na ja. Die meisten Leute schrotten hier gerade so. Ja, so deine Mutter. Ha ha ha. Weißes Beispiel. Doch. Dein Vater aber. Nee. Yay! I believe I can fly. Weiter. I can touch the sky. Ah, geht. Weiter geht das nicht. Ja, so gut so. I believe I can die. Hä? I believe I can die. Ja, 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 ruhig da. Schnauze. Hm. Hm. Und Auto steckt fest. Oder nicht. Es ist zu dünn dafür. Hä? Hä? Das ist voll krank. Hä? Hä? Ey, guck. Guck. Wie mein Auto aussieht. Okay. Ich würde mir ein neues Auto besorgen. Ich bin einfach bloß hier reingefahren. Und überhaupt so weit in der Lasse. Hä? Ich verstehe die Physik nicht. Aber guck mal. Guck mal. Warte. Warte. Guck. Es fährt noch einwandfrei. Es fährt noch. Es fährt noch, als hätte ich es neu gekriegt. Es stoppt zwar ein bisschen, aber es fährt. Uh, da war ein Spieler, der hätte mich fast getötet. Und jetzt, zum Abschluss des Videos. Ich wollte den Berg hochfahren, aber, nun ja, schaffe ich nicht mehr. Und tschüss. Haha. Tschüss.